Wir sind hier auf der CeBIT am Stand von Alphaview. Alphaview ist eine Videoplattform, eine Plattform, die in der Lage ist, 20, 30, 70, 80 oder über 100 Videos lippensynchron darzustellen. Es ist möglich, Konferenzen durchzuführen, aber auch für Bildungsanbieter ihren Unterricht umzusetzen mit Videotechnik, lippensynchron in Fernsehqualität. Wir haben hier eine Live-Situation. Ich zeige mal, wie das funktioniert und winke in die Kamera. Alle Personen, die hier zu sehen sind, sind live auf der Messe dabei. Sie können gerne die Testräume ausprobieren und einen Konferenzraum für 30 Tage beantragen. Bitte sehr! Die Testräume Die Testräume